Hallo und herzlich Willkommen bei TipTapTube. Heute ist der 1. Mai und wir haben alle frei. Und heute ist Sonntag. Ja, das ist erstmal voll doof, ne? Auf jeden Fall herzlich Willkommen zu diesem Video. Schreibt mal rein, was ihr am 1. Mai gemacht habt. Wir werden heute alle zusammen grillen. Wir bereiten gerade alles vor. Also Chrissy und Mama. Ich werde auch ein bisschen helfen. Ash wird hoffentlich auch ein bisschen helfen. Du wirst natürlich auch hoffentlich ein bisschen helfen, richtig? Ich mache den Grill. Und Leo, der tanzt hinten irgendwo rum. Ah, drüber da hinten. Siehst du ihn bei der Couch? Ganz vorsichtig gucken muss er da. Hältst du da? Das ist der da drauf. Auch da. Ja, hier sitzt er an der Couch. Der sitzt da und versteckt sich, weil ihm das hier viel zu laut wird. Der chillt da hinten ein bisschen. Auf jeden Fall. Wir werden grillen. Wir haben alles möglich. Wir haben Grillkäse, wir werden gleich Knobel machen. Wir haben, was ist das Krautsalat? Gerne. Oliven, sehr eklig. Würstchen, Würstchen, Spieße, Müll. Keine Ahnung, keine Ahnung. Fleisch wahrscheinlich. Wir kochen gerade ein paar Kanälen. Wir bereiten alles vor. Und Hopp, du bist lecker. Ich werde mich jetzt erstmal hier um den Grill kümmern. Das ist ja hier mein Lieblingsgrill. Kennt vielleicht der eine oder andere, der auf meinem Kanal mal ist, wenn wir so am Kanal mit dem Fahrrad fahren. Dafür benötigen wir nämlich einmal das und eben das. So, wir werden gespannt, weil mir hier jemand zur Hilfe eilt. Also, hier auf der Tasse kommt dann erstmal der ganze Krempel raus, den ich dafür brauche. Einmal den Schlauch. Und natürlich hier das ganze Röhrs. Und hier ist noch was dran. So, hier das Wichtigste, das Herzstück des Grills. Dadurch kommen die Flammen. Der Grill ist fertig. Noch nicht ganz. Das Feuer fehlt. Und hier drin wird tatsächlich auch schon mal der Schmanz an. Ne, was rührst du gerade an? Äh, Knobi. Knobi. Also, was ist da drin? Äh, hat Chrissi gemacht. Knobi. Chrissi, was ist da drin? Frisch, Käse, Schmand, Knoblauch. Frisch, Käse, Schmand? Frisch, Frischkäse. Äh, ist die Tür offen und ist leer, aber da rausgerannt? Hier steht doch hinten. Achso. Und dass der wegläuft. Nein. Oh, hier, aufpassen, es kocht überall. Boah, das riecht richtig nach Fasszee oder so. Das riecht richtig nach Meerland. Was gibt's denn da drin? Da muss man die dann kochen. Ja, wer ist die denn? Wollen wir die nicht grillen? Ja, vielleicht können wir jetzt noch mal auf dem Grillen lassen. Kochen, Grillen. Wie, jetzt erst kochen, dann grillen, oder wie? Damit sie nicht so lange auf dem Grill sein müssen. Dann können wir ja gleich, damit sie knuffrig werden. Dann lass doch gleich alles hier drin, auch in den Ofen reinschmeißen, dann sparen wir uns das Grillen draußen. Aber pro Ofen haben wir Kräuter Baguette? Es wird so einen Tisch zu decken. Wir haben hier ganz viele Teller natürlich, selbstverständlich. Wir werden heute draußen, erst nicht weiß, wenn wir abgrieren werden oder nicht. Ähm, werden wir gleich. Werden wir später. Ach, okay, so kalt ist das gar nicht. Hab's in die Kälte irgendwie gedacht, keine Ahnung. Hier ist schon der, ähm, Grill vorbereitet, sieht irgendwie anders aus als sonst. Hat Papa euch bestimmt schon was erzählt gerade, ich hab keine Ahnung, was er im Video gezeigt hat bisher. Anna? Was hab ich gezeigt? Hast du Leo gesehen? Das hier. Ja. Ja. Ein treuer Begleiter. Ja, schön, wir brauchen noch ein Schuh für Leo. So, erstmal, das Deck muss jetzt schon mal. Machst du super. Hä? Machst du super. Was ist das denn? Ja, hauptsache es liegt da, was es drin soll. Aber wie viel sind wir überhaupt? Wie immer. Ja, stimmt, aber irgendwie passt dir irgendwas. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Plus Leo. Leo geht auf den Stuhl für sich. So, das Wichtigste ist gedeckt. Obwohl ihr jetzt Essen findet. So, das Wichtigste ist gedeckt. Also, ich mach jetzt einmal Totterrini Salat. Totterrini, kleine Mozzarella-Kügelchen, Tomaten, Pesto und eine Zwiebel. Ein bisschen Salz, ein bisschen Öl gleich. Wird alles zusammen vermischt. Und dann hoffe ich, dass es schmeckt. Ach, Basilikum gehört doch eigentlich ausschalten. Der Salat sieht schon mal so aus. Ich hab nur mal Schnittlauch dazu gegeben. Das muss man auch von vorne anfangen. Ich glaub, dass die Kamera das abgehört. Achso. Und du kannst uns zeigen, was wir hier machen. Guck mal, was hier interessant ist. Es ist schon mal so. Warte, Gott. Jetzt erst mal du hier. Los. Der Salat sieht schon mal so aus. Guck mal, ich hab alles zusammen vermischt. Mit Zwiebeln und Mozzarella-Kügelchen sind drin. Und jetzt bin ich gerade dabei, die kleinen Tomaten da mit reinzuschneiden. Das hier ist das einzig Wahre, was wir zum Essen beitragen. Esch, du gehörst eigentlich dazu. Ja. Das ist auch das, was wir zum Essen beitragen wollen, oder? Das ist ein sehr guter Anfang hier. Sogar Notzucker kannst du so getrieben werden. Sehr rot Zucker. So, wir verschwinden kurz in Esch. Christi, was machst du hier? Ein Brot, das habe ich so aufgeschnitten. Und jetzt kommt ein bisschen Knoblauchbutter rein, dann Tomate, Mozzarella und dann kommt das in den Backofen. Und was ist das denn? Tomate, Mozzarella, Kräuter... Baguette. Baguette. Genau. Leo verteidigt schon wieder das Grundstück. Da ist er. Da sind voll viele Feinde draußen. Leo, was ist denn los hier? Werden wir angegriffen? Da ist doch gar keiner. Nur Wald. Mal eben gucken, was die hier jetzt machen. Was ist hier los? Nix. Was läuft hier? Komm, dreh dich mal um. Nein. Umdrehen und wieder rein. Geh rein. Rein mit dir. Ich will die geheimen Schäfte sehen, die hier laufen. Was passiert hier? Leo, hier sind geheime Geschäfte. Wähl mal. Genau. Was? Übrigens, TipTapTube-Videos werden schon seit langem absolut klimaneutral gedreht. Hier oben ist unser Kraftwerk. Da und da. Davon gibt es dann noch zwei. Ich zeige dir mal kurz. Hier haben wir uns ja so eine zweite Ersatzterrasse gemacht. Und da hängen auch noch mal zwei solche Kraftwerke an der Wand. Senkrecht. Dadurch kommt da ein bisschen weniger Strom. Aber das ist immer noch gar nicht so schlecht. Na, was ist hier los? Langweilig. Das ist nicht langweilig. Ich muss ganz kurz mal erzählen, dass wir unsere Videos klimaneutral produzieren. Ah, perfekt. Ja, denn wir haben den grünen Daumen. Ich mach mal das Ding runter. Was? Rechts. Red ruhig weiter. Also, wir haben den grünen Daumen. Das bedeutet, dass wir unsere Videos drehen, ohne die Umwelt zu belasten. Warum hört ihr mir nicht zu? Mach den Grill an! An dieser Stelle hier laufen dann die Kabel zusammen und werden hier ins Haus geführt. Einmal das Kabel aus der Seite und einmal da sieht man das Kabel. Das kommt von hier, das geht da unterirdisch rein. Da bin ich noch nicht ganz fertig, deswegen steht hier noch so ein Brett drüber. Hier kommen die Kabel von draußen rein, wo wir da eben gerade geguckt haben. Um hier die Batterien zu speisen, hier sind zwei Laderegler, die nicht so gut sind. Also, ich brauch hier eigentlich andere, aber da lerne ich noch dazu, wie ich das machen werde. Also, von den Ladereglern in die Batterien und dann rührt hier rüber in den Wechselrichter. Hier wird also aus 12 Volt 230 Volt gemacht. So, Küchenteam, wie weit seid ihr? Wir sind alles so weit fertig, warten noch immer auf das Baguette und auf die Kartoffeln. Aha, wer wollte die denn essen? Ja. Die Kartoffeln. Jeder, glaube ich, isst mal eine Kartoffel drauf. Sonst essen wir die morgen, ne? Ich habe hier auch heute Abend. Ah ja. Und hier, wie sieht es hier aus? Habt ihr Hunger? Ja, wir haben mega Hunger schon. Wir haben hier ein Nest in diesem Baum. Und der Vogel, eine Amsel, saß gerade. Ja. Könnte auch ein Star sein. Oder eine Drossel. Das schwarze noch. Die kommen gleich wieder raus. Woher weißt du das Amsel? Mit Amseln, mit Orangen-Schnabel, schwarz mit Orangen-Schnabel. Und das sind Klütenweibungen. Seit wann beobachtest du draußen die Vögel? Ich wollte eigentlich mal so ein Vogelhäuschen hier haben, wie im Kleinhaus. Weißt du noch? Ne, weiß ich nicht. Also wir haben übrigens auch, ich habe schon welche für dich gebaut da hinten. Wo sind die denn? Die sind schon gut verteilt, aber ich glaube, die sind noch nicht bezogen. Ich habe gerade von Papa die Kamera in die Hand gedrückt bekommen und gesagt, ich soll irgendwas filmen. So eine Frechheit, ne? Ich habe Hunger. Das wollte ich sagen. Film mal lieber da die Raupe Nimmersatt, die wir jetzt im Bach aufmachen haben. Ja, Leute, wir jetzt zeigen euch mal eine Raupe Nimmersatt. Die ist lustig, ne? Das ist die Raupe Nimmersatt. Verwechslungsgefahr ist nicht vor unten. Im Moment scheint ja noch ein bisschen die Sonne hier. Und wenn ich mal hier so ein bisschen in die Runde gucke, dann sieht das irgendwie nicht mehr so gut aus. Also eventuell wird es hier ein Regen grillen. Mal schauen. Wir sind ja hier gut überdacht. Das ist ja alles trocken. Hier liegt doch schon ein bisschen was zum Grillen. Eigentlich könnte ich schon mal anfangen. Soll ich schon mal anfangen? Während ihr hier noch rumdüttelt, soll ich hier schon mal anfangen zu grillen? Ah, ja. Habe ich eine Grillzange? Äh, nein. Erstmal die vegetarischen Würsten drauf. Ne, die sind ja sofort fertig, die werden ja nur angewärmt. Ja, macht doch recht. Ne, die werden angebraten. Ja, aber trotzdem, das geht doch viel schneller als das andere Zeug. Dann teilt das doch auch eine Hälfte für die Würsten, die andere Hälfte mit Fleisch. Da steht aber immer noch lecker auf, mit Fleisch. Das ist eine gute Idee hier natürlich schon hier gewesen. Ja, ne? Ja, weil sonst kleckert das auf dem Grill raus. Ich sag dir das, das ist so schwarz da hinten. Wenn da kein Regen rauskommt, dann weiß ich auch nicht, wo noch Regen rauskommen soll. Dann werde ich mal den Grill starten. Also, einmal hier Gas on. Jetzt muss ich allerdings einmal schnell auf die andere Seite laufen. Und hier einmal Feuer frei. Ähm, Feuer frei. Ist das schon an? Ne, aber jetzt. Das ist eine kleine Explosion hier. Man riecht auf jeden Fall, dass es ein Gasgrill ist. Ja, das ist nur am Anfang, weil ich habe das nicht sofort angezündet bekommen. Und dann auf einmal, als die Gasvolk die groß genug war, gab es Feuer. Okay, leg los. So, was möchtest du zuerst haben? Ähm. Mama sagt, ich soll euch diese Würstchen herauflegen. Ja, mach auf. Ich weiß auch. Aber die werden doch nur aufgewärmt, oder? Muss das hier nicht fressen was? Hol mal Öl von Mama. Mama, ich soll Öl holen von dir. Wir brauchen Öl. Ja, ja. Schnell. 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 Hier. Wollt ihr das einpinseln? Ja. Da brauchst du auch einen Pinsel, ne? Stimmt. Brauchen wir einen Pinsel? Ja, brauchen wir. Du musst den Finger nehmen. Ja. Am besten gebe ich den kleinen Schüssel Wasser. Hier rein. Boah. So. Das reicht schon nicht zu viel. Pinselige Aufsichten hier. Einmal Öl. Pinsel. Aber bitte sehr sparsam umgehen damit. Das ist nämlich Sonnenblumenöl, glaube ich. Ach Gott. Also wenn ich nicht so viel benutze. Dann können wir noch Kapseln nehmen. Okay. Oder Butter. Oder Makarine. Oder irgendwas. Wo kommt der denn da? Wo haben wir hier? Ich frage das mal aus. Oder leg es nur noch. Das ist so lecker. Ja, oder Mais? Mais ist mein Lieblingsgericht. Du verarschst immer einen. Okay, das kann wieder weg. Oder musst du zwischendurch nachher nochmal. Oh, nein. Eigentlich. Okay. Ich mach's drauf. Irgendwas. Kann auch Fleisch mal drauf. Unsere Würstchen. Egal. Wir machen einfach von jedem einen. Ja, okay. Eine Fackel. Eine Kuh. Ja. Ein... Ja, genau. Ja. Ich glaub, das ist ein Huhn oder so. Gute. Schwein. Oder? Nicht Schwein kann man gar nicht sagen. Da sind ja keine Schweine her. Einmal dann hier Tofen. Ist noch? Das war's, glaub ich. Und jetzt heißt es nur noch abwarten. Und gleich geht's. Schön was zu essen. Ich hab ja es dir ganz ehrlich. Ich hab mittlerweile richtig Hunger. Und die Sorte kommt nochmal raus. Das muss regnen. Es sieht echt aus, als ob es absolut losregnen würde. Wie schön der Tisch denn hier nicht aussieht. Ja. Mama meinte das. Ich hab das gemacht. Leider, sie können ehrlich. Leute, das hier. Sieht mega aus, oder? Ist unser Tisch. Unser erster Michael Tisch. Stimmt, wo ist Ash? Schon wieder ist er weg. Der Junge ist immer nicht da. Kurz da im Video. Danach versteckt er sich wieder. Was machst du hier? Was machst du? Was ist hier los? Nichts. Zockst du? Nein. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Und was ist das für ein Spiel, was offen ist? Ja, nichts. Drück mal auf. Das geht viel. Nee, ach, Valorant. Ja, ja, ja. Am Zocken hier noch was. Essen ist fertig. Wir wollen essen. Ja. Hast du überhaupt schon Hunger, oder hast du dich mit Kaugummis vollgestoppt? Nein. Eine Frage. Spuckst du Kaugummis nach der Zeit wieder aus, oder schuckst du die runter? Runter. Alles klar, was macht ihr Leute? Läuft. So, der ist leer. Hast du was zu sagen? Ja, wir sind doch noch alle gar nicht da, aber Ash hat so einen großen Hunger. Gucken wir, so klingt die Nacht gut aus. Auf meinem Gasgrill wird alles was. Was denkst du denn? Ich kann auch eine Banane rauflegen, die sieht drin aus. Guck mal, das ist auch cool. Ehrenplatz, da auf der Liegen. Mach mal, da mach ich mir noch was. Wo siehst du es? Weil da liegen bleibt ja. Möge, möchtest du das Ding haben hier? Nein, das ist schwarz. Ich mag das sowieso eigentlich nicht. Das Tier ist hier übrigens schon seit halb morgen, oder so. Eingeschlafen, da? Das chillt da schon den ganzen Tag. Da. Das war der erste, bei dem du, ich glaube, drei Stunden... Irgendwie sind wir jetzt hier verschont geblieben. Es gibt kein Regen, nur viele Wolken da oben. Und hier werden Geschichten von früher erzählt. Ja, als die Kinder noch klein waren. Nein, es ging jetzt noch zu übernachten. Und irgendwann schlafen. Er als Kind sehr lange zu Hause spielen musste. Und dass er ständig immer bei anderen Leuten weg wollte und nie zu Hause sein wollte. Alle Kinder mussten bei uns spielen. Oder war das andersrum? Nein, alle Kinder mussten bei uns spielen. Und Kissy sagt, bei ihr war das genauso. Sie mochte auch nicht bei uns schlafen. Was ist das? Und jetzt gucken wir mal kurz, was alles nicht gegessen wurde. Also, der Papa hat ja hier schön aufgegessen. Ich habe auch alles aufgegessen. Die Mutti auch. Wie sieht es da drüben aus? Auch. Aber hier geringen noch so ein paar Fackeln. Und was ist das? Das ist Totolini-Salat. Totolini-Salat. Ja. Das ist runtergefallen. Das wollte Leo nicht. Und das hier ist auch alles über. Für morgen da. Meist ist noch übrig. Und wie sind das hier für Garnelen oder so? Ja, genau. Krabben? Riesen-Krabben. Das ist Garnelen. Kartoffeln. Oliven. Und das gehört auch euch, ne? Genau. Ist das nicht irgendwas Wettbewerbsiges? Käse-Näßiges. Kartoffeln. Auch von euch. Naja, okay. Willst du noch eine Kartoffel? Eine, komm. Ein Kartoffelchen geht noch. Morgen auch einen Tag, ne? Also, damit steht das Mittagessen für morgen schon mal fest. Es gibt wieder totes Tier und dazu Mais und Kartoffeln. Und übrigens, wir haben ganz vergessen, uns bei dem Tier zu bedanken, dass es sein Leben gelassen hat, damit wir leben können. Ja, Mann. Er geht nicht. Na, alles gut. Geht's gut weiter. Übrigens, das habe ich mal bei Marie in einem Video gesagt und dann wurde gleich geschrieben, ja, was ist das für ein blöder Spruch? Der Spruch, der kommt von Avatar, glaube ich. Also, so blöd ist der gar nicht. Ist auch nur nachgesappelt. Zeit abzuräumen. Wir haben alle aufge... Okay, wir haben alle gegessen. Aber nicht, aber nicht aufgegessen. Kennt ihr das? Man macht einfach immer viel zu viel Essen beim Grillen. Das ist wirklich... Also, jedes Mal grillen. Warte, ich habe ja uns einmal geschafft, dass alles gut wegging, oder? War das... Oder nicht? Also... Ich glaube, es gab es noch nie. Ich habe immer was über. Es ist immer viel zu viel. Wir räumen erstmal alles ab. Wollen wir mal gucken, was Ash macht? Wollen wir mal gucken? Komm, wir gucken nochmal. Es ist schon 8 Uhr, es ist kurz vor 6 Uhr. Er ist, nachdem wir gegessen, dann direkt wieder reingegangen. Ja, das war doch alles Vokabeln, ja. Das sind aber schöne Vokabeln. Das sind aber richtig schöne Vokabeln, die du hier lernst, man. Ja. Oh, das Vokabelbuch ist sogar aufgeschlagen. Ja. So, Erzähl mir mal bitte. Was? Ach, scheiße, von Latein nach Deutsch, ja, ne? Ja. Was heißt Mulir? Auch. Was heißt Queer? Äh, warum? Falsch. Du weißt nicht. Ja, so gut lernt sie also. Was heißt Vali? Vali, ja. Was heißt See? Äh, D, sie, sie, äh, was soll man sagen? Ja. Entschuldigung. Der, nein. Ich muss gleich mal, was ich mehr lerne. Okay. Was heißt Krott? Ich lerne. Ja, ey. Ja, ey. Ich lerne deine Vokabel, ey. Okay, Leute, wie wir festhalten, er hat auf jeden Fall gelernt, wie man sehen kann. War das Grillen super? Ja. Ja, ne? Leute, so, war jetzt unser erster Mai. Ey, was ist dein Glas mit Cola? Dein Glas mit Cola? Ja, was ist das? Musst du mal mal fragen. Ja, jetzt ist es schon weg. Achso, ja, okay. Hast du nicht ausgetrunken? Fähig halt. Ja, ich muss. Oh, ihr habt ja noch eine Zitrone, ne? Oh, sehr nett, danke. Das ist fake. Die ist fake. Vitamin C. Die ist fake. Was ist denn? Trinkt das sowieso nicht. Jo, ihr habt ihr noch Wasser heiß oder so? Wir haben ganze Wasser heiß. Ja, hier können wir dann zu haben. Ja? Mhm. Oh, ich bin da mal... euren ersten Mai-Sonntag verbracht habt. Frag mal lieber, wie ich der Samstag verbracht wurde. Ja, das stimmt. Also Sonntags hätten wir keinem Delirium. So, Esch, geh zocken. Okay. Nein. Weil wir haben die Vokabel lernen, meine ich. Tschüss. Tschüss. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.